so willkommen zurück bei der Klinik Herr der Ringe wir müssen ja immer noch versuchen hier irgendwie auf das Ziel zu kommen jetzt müssen wir es mal bisschen besser versuchen würde ich mal sagen ich weiß gar nicht wo ich hier muss ich muss da oben an die Leine ran sprechen Alter ne schon wieder so ne Scheiß-Amourai, Alter ich raste aus wie viele von denen wollen denn bitte noch kommen warum kämpfen die nicht gegen die anderen Leute das ist doch so beschissen ohne Ende ich werde langsam sauer ne es reicht langsam echt stirbt die Bösevieh so habe ich es bald, ja jetzt hat er es, okay da ran und jetzt müssen wir gucken dass wir da rankommen das war ganz schön fail ich muss da ran, hallo sehr gut, so da hoch und umdrehen und jetzt irgendwie hat er mich jetzt abgeschüttelt das ist jetzt uncool wieso hat er mich denn schon wieder abgeschüttelt ich schaffe das nicht ich bin zu guter zu noch einer ne das reicht echt die sind ganz schön nervig so jetzt komm her auf jeden Fall könnte ich mich ja bei meinem komisches Dings farmen mein Erfolg von wegen hier wahre Abenteuer und so so einmal umschwingen und hoch da jawohl jetzt habe ich es jetzt hier alle ummesse ja ich glaube auch stirbt doch einfach stirbt doch einfach ich glaube das wäre nicht komme ich hier jetzt nicht hoch oder was ist das jetzt schon wieder bzw. kommt er hier nicht runter alter nö wird steht doch noch weg wird steht noch mehr weg kommt hier ja jetzt habe ich ihn getroffen jetzt stirbt doch endlich meine Güte jawohl jetzt ist er endlich tot und der blöde Elefant auch er zählt trotzdem nur als einer oder doch nur ein halber alter ne die Penner hier gehen mir ja auf den Sack so was das nächste komm schon du möchtest doch bestimmt drei Stück drei neue ist das dein Ernst von Neu bitte nicht bitte nicht eine mit Morgul zwei mit Morgul und das den dritten bitte auch mit Morgul sein nein den Versuch gleich sofort zuerst und darum und umschwingen und da dran nein deine Mama Alte Nöte bin ich jetzt legen das ist ich bin das gewesen ich meinte natürlich dann bin ich jetzt eben denn die Herzen Gesamtsverein ähm Aragorn genau dann bin ich jetzt eben Aragorn bin das schon nicht so wie ich alter ne jetzt bist du dran kann ich genau sehen und du auch noch komm schon komm schon äh du willst auf die Fresse du kriegst auch auf die Fresse ja bring mich um komm schon bring mich um bring mich um du möchtest mich nicht noch ein paar mal umbringen es reicht jetzt es reicht mir echt mit den blöden Kichern ey ich bin so sauer auf die ne wieso zählt er denn nicht auf den Huhn hallo und du halt die Fresse du Bruder Penner Drecks Bastard ey ich bin das wahre Abenteurer das freut mich ist mir alles egal so komm schon spring da ran und spring da hoch und jetzt dreh um und spring da ran wir haben wollen jetzt habe ich das ist jetzt nicht wir wollten mit dem totalen Krieg oder sowas es ist nicht wichtig bisher auch richtig würde ich auch immer machen kann ich jetzt bitte umgehen wir sind aktuell und dann ruft sich einmal rüber und eliminieren den Elifanten vorlauf der Fresse und jetzt hier das 2 und schon zum zweiten Mal umgehauen sag mal das glaubst du dafür selbst nicht? ist mir das Tier jetzt gerettet oder muss ich noch mehr Elefanten töten? mein Körper ist zermalmend schon blöd oh die Beine fehlen Mist Kreuz Kreuz ich vermag Frodo nicht mehr zu erblicken wenn Sauron den Ring hätte dann wüssten wir es 10.000 Orks stehen zwischen Frodo und dem Schicksalsberg er braucht Zeit dazu können wir ihm verhelfen wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zum schwarzen Tor eine Ablenkung den Tod als Gewissheit geringe Aussicht auf Erfolg worauf warten wir noch? die Schlacht auf den Pelennor Feldern Level abgeschlossen das würde ich gerne als Folgen kippen aber bis vielleicht ein bisschen lang ne? König Theoden Eowen Mary knappe von Rohan Baaam 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 Baaaaaam es fehlen nur noch 3 Charaktere die ich nicht frei gestaltet habe naja das sind zu 100% das weiß ich schon und 100.000 Gold 913.000 Minikit 1 2 und man mann das level abgeschossen war abenteuer nun nicht geschichte fortsetzen der schaue acht jahren Prozent wichtig jetzt hier ist es geht dieses Gebiet die Kürze ist in Bündnis wir müssen der Spiel mit dem anderen die es mir ist hier geht bis aufs zum reiten das wird sowieso nichts hat er ich habe das zu müssen dass diese enge Tore kann man sich immer noch ein bisschen Zeit wenn man einzig sofort gesehen hat deutlich einfacher als vor ihm gab diese Reiterei Action ja, easy going im ersten Versuch ach pfff verlächerlich ich weiß gar nicht was daran schwierig sein sollte außer dass man nicht sieht wo man hinreiten muss oder sonst alles oder so da vorne Prozent ist irgendwas hier ist Minas Tirith das ist nicht egal so und hier geht es offensichtlich in Richtung ach hier muss ich wieder den Maulwurf schlagen glaube ich das habe ich schon mal irgendwo gesehen schlag den Maulwurf schlag den Maulwurf ne, das wird nichts es kann gar nichts werden, weil alle im Weg sind ja, acht, okay Alter, ne, ich weiß gar nicht, was ihr hier wollt ich reite jetzt auf deinem Pferd, oh der Penner okay, wir wechseln dann mal zu Herr Frodo zurück ja, okay Gollum na, dann komm mal her dann geht er mal da hoch, ne mal sehen, was auf uns wartet schweige stille tot verderben wer weiß die Urke des Königs erwartet uns ja, ja Gondor braucht einen König zumindest jetzt meine persönliche Meinung dazu schweige Vielen Dank.